Musik So was hat es im Stadionoberwert wohl noch nicht gegeben. Wenn sich so viele Prominente im Sinn der guten Sachen auf den Fußballplatz begeben, dann kann es sich nur um ein Benefizspiel der Lotto-Elf drehen. Bei dieser Begegnung schien die berühmte Mannschaft von Lotto-Rheinland-Pfalz fast zur Nebensache geworden zu sein, denn das gegnerische Team hatte es wirklich in sich. Im Vorfeld dieser besonderen Begegnung war sogar vom größten Benefizspiel in der Rhein-Mosel-Stadt die Rede. Initiiert wurde das sportliche Highlight vom Verein Koblenzer Schengelkultur. Warum unterstützt es der Schengeler Kulturverein? Und da bin ich sehr dankbar, dass es Menschen hier in der Koblenzer Region gibt, die unsere Stiftung schon seit Jahren unterstützen. Und als ich dieser Verein etabliert hatte, sagten die schon vor zwei Jahren, wir tun mal der Fly und Help was Gutes. Und dann kam die Idee, ein Benefizspiel mit Prominenten aus der aktiven und inaktiven Bundesliga-Zeit, von Prominenten aus dem Fernsehen, Akteure, Schlagersänger, Sportler, gegen die traditionelle Toto-Lotto-Mannschaft. Das macht schon glücklich, dass wir das hingekriegt haben. Es überwiegt natürlich den Moment, wofür wir das machen, der gute Zweck. Wir machen das ja für Kinder, die uns nicht kennen. Und wir kennen die Kinder nicht. Aber wir tun es. Wir werden natürlich auf jeden Fall eine Schule in Paraguay. Das ist die Heimat von Nelson, weil das war sein Wunsch. Da gibt es so viele arme Dörfer. Und der hat ja auch viele Prominente organisiert. Und da bauen wir eine Schule. Aber ich glaube, dass ich nachher in der Halbzeit noch eine Überraschung parat habe. Schon bevor der erste Ball über den Platz rollte, war klar, die Lotto-Elf wird es dieses Mal nicht leicht haben. Besonders von den jungen Fußballfans über alle Maßen gefeiert, wurde Ballkünstler und YouTube-Star Yannick Freestyle. Ein wahrer Auflauf bekannter Persönlichkeiten, egal ob Sänger, Fernsehmoderator, ehemalige Bundesliga-Profis oder Reality-TV-Star. Hier war Prominent aus allen Bereichen mit dabei. Ja, ich unterstütze sowas gerne. Und wenn man so nette Veranstalter hat, wie man sie kennt, und die fragen, und kannst du, natürlich ist der gute Zweck dahinter für Fly and Help. Klar, Rainer Meutsch ist ein langjähriger Freund von mir, dann mache ich das, wenn ich Zeit habe. Dann geht's. Ich will gewinnen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich will gewinnen. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich bin auf dem Platz gewesen, habe ein paar Freistöße trainiert. Also, falls eine gute Freistöße-Position kommt, dann bin ich am Start. Oder jemand anderes, das werden wir noch sehen. Gucken, was der Trainer sagt. Wir sind auch sehr gespannt, wie die Aufstellung natürlich ist. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann jetzt gerade, ist, ich will gewinnen und werde mein Bestes dafür geben. Gewinnen tun wir, glaube ich, alle, weil es so eine gute Sache ist und sich so viele Prominente auch hier in den Dienst der Sache stellen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Also, das ist einfach eine tolle Kulisse und es dient einem super guten Zweck. Und das ist einfach das Beste an der Sache. Ein umfassendes Rahmenprogramm, beispielsweise mit dem großen Projektchor unter der Leitung von Michael Brill, der ein eigens von ihm komponiertes Lied für die Stiftung Fly and Help zum Besten gab, gehörte ebenso dazu. Außerdem eine Versteigungsaktion von Showlegende Jörg Träger. Im Anschluss ging es dann aber auch gleich los. In der ersten Halbzeit kickte sich die Prominentenmannschaft zunächst in Führung. Doch dann holte die Lotto-Elf bis zur Pause noch einmal auf. Der Stand 5 zu 5. Nun war es an der Zeit für Rainer Meutsch, einen gigantischen Spendencheck entgegenzunehmen. Hier im Wert von 105.000 Euro. Der Gesamterlös des Benefizspiels fiel letztlich noch um einiges höher aus. Viele ehemalige Bundesliga-Profis, Nationalspieler, also ganz toller Sport. Und genauso wichtig ist, was wir in der Halbzeit gesehen haben, ein Check über 105.000 Euro. Es können zwei Schulen gebaut werden in Paraguay, in einem anderen Ort der Welt, wo wir helfen können. Von hier aus, dass Kinder einen kürzeren Schulweg haben. Und Rainer Meutsch und sein Team Fly and Help haben in Kooperation auch mit Lotto-Rheinland-Pfalz. Und der Kulturinitiative Koblenz hier was ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Die zweite Halbzeit dann ebenso spannend und abwechslungsreich wie der Auftakt des Benefizspiels. Insgesamt fielen an diesem Abend 22 Tore im Stadion Oberwert. Am Ende hieß es dann 13 zu 9 für die Lotto-Elf und eine Spendensumme von 116.500 Euro. Eine großartige Leistung aller Akteure. Blick aktuell TV mit freundlicher Unterstützung Ihrer Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.